Ich bin Ursula Jelima und ich bin maler und gestalte und wohne in Uster. Aquarell, das zwingt mich einerseits zu überlegen, andererseits schenkt es mir unerhört viel. Und es gibt ja Leichtigkeiten, die eben nicht dünn sind und so eine Leichtigkeit, die ein gewisses Gewicht hat, braucht es ganz viele Schichten. Dann komm schon nach. Wolltest du es nicht mit dir? Ich hoffe, dass du es noch nicht gesessen hast. Jetzt kannst du runter. Dann kannst du runter. Ja, noch runter. Das ist nicht gut. Ich sage gerne, ich will Selle sterben, Selle sterben heißt für mich das, dass ich einfach gemacht habe, was ich gerne gemacht habe und Knurz gelöst habe, wo Knurz sind. Wie es an mir liegt, dass ich das machen kann und einfach so in einem akkurell klaren Zustand von dieser Welt gehen können. Ja, das ist jetzt ein bisschen sehr persönlich.